Moin, herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Wir waren dabei unser Haus zu bauen. Erstmal ein kleines Erdhäuschen. Das müsste für die ersten paar Nächte reichen. Dann werden wir uns erstmal eine Holzhütte bauen. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht bauen wir uns bitte eine Villa oder sonst was. Was soll ich sowieso bauen? Was könnte ich bauen? Ein Stadion oder sonst was? Schreibt es mir als Kommentar hin, als Privatnachricht. Ich würde mich freuen. So. Der von da hin. Ich würde das mal so gemacht. So eine Werkbank und so schnell Kraft enden. So haben wir sogar noch ein bisschen Holz übrig. Dann machen wir so schnell eine Spitzsacke und ein Schäufel rein. Und eigentlich können wir uns auch noch eine kleine Achse machen. So. Und dann hauen wir uns hier noch ein bisschen Erde ab. Damit wir unser Haus zu Ende kriegen. Das sieht schon mal gut aus. Ich sehe Gott, dass die Folge fast rum ist. Darum sage ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.